Und ähm, was mich auch noch interessieren wird, ist, dass ich sterbe. Willkommen zurück zu Let's Play Skyblock 3.0. Und ja, wir sind hier stehen geblieben. Hm, Creeper. Okay. So, diese Folge müssen wir auf jeden Fall mal eine Farm bauen. Für die, ähm, Pilzkur. Und ja, fangen wir gleich mal an. Und ähm, ja, ich hab mir auch ein paar Themen ausgesucht für diese Sendung. Beziehungsweise für diese Folge. Und zwar... Nein, Skelett, du kommst jetzt nicht. Und zwar über die Schule. Okay, es kommt, es kommt. Ja, wie gesagt, es sind ja nicht mehr so viele Wochen bis, äh, Ferien. Oh, ich glaub, bei mir sind es noch so zwei, drei Wochen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaub. Ja, drei Wochen, genau. Und ähm... Ja, was macht die in euren Sommerferien? Das würde mich mal interessieren. Und dann hätte ich auch nochmal eine Frage. Und zwar... Was sind eure Lieblingsfächer? Beziehungsweise... Was, äh, hasst ihr am meisten? Ich zum Beispiel hasse, ähm... Französisch über alles. Ich bin so sauscheiße darin. Ja, also... Turnen eigentlich auch. Aber französisch, ja, englisch eigentlich auch, aber ja. Also französisch hasse ich echt über alles. Und, ähm, deutschstunden, so. Ja, hasse ich eigentlich auch. Ja, also was mögt ihr, was hasst ihr? Schreibt's mir in die Kommentare. Wird mich noch interessieren. Und, ähm, was mich auch noch interessieren wird, ist... Dass ich sterbe. Ja, das tut mir jetzt leid, aber die Spitzhacken dürfen... Können wir nicht verlieren. Oder... Ich hab noch was. Also, Moment mal. Hä, was... Was ist jetzt... Okay, ich hab eine Frage. Und zwar... Also, ich würd sagen, wenn ihr... Wollt, dass ich, ähm... Die Spitzhacke jetzt wegwerfen soll. Oder... Ähm... Ja, wenn ihr wollt, dass ich die Spitzhacke wegwerfe... Für den nächsten Part, dann sagt's mir. Ja, dann muss ich ihn halt... Und leider wegwerfen aus die Spitzhacke. Und, ja. Also, schreibt's mir in die Kommentare, weil... Das Fliegen weiß ziemlich viel Cheaten. Äh... Ja. Das tut mir jetzt echt leid. Wenn ich sie wegwerfen soll, dann sagt's mir. Weil, ja. Auf jeden Fall. Jetzt hab ich den Anschluss verloren. Was wollte ich gerade machen? Ähm... Hm. Jetzt hab ich's voll vergessen, ey. Voll... ...vergessen. Moment kurz. Hm. Ja, jetzt hab ich's echt vergessen. Naja. So, wo kommt denn die Farm hin? Hm. Ähm... Ja, komm, machen wir die einfach mal... ...hier hin. Nein, Skelett. Hör auf. Ach, ja, genau. Ähm, ich hab jetzt den... Wie nennt man den? ...den Old... ...ääh, nein, den Retro-Sound-Mod drin. Mit allen alten Minecraft-Sounds. Ihr kennt's ja. Zum Beispiel, ja. Hier die... ...die Chest, ähm, die Tür. Dann das hier. Der Bogen des Skelettes. Und jetzt, Moment mal. Ähm... ...ja, wie... ...nein Moment, ja, gut, ich zeig's euch extra mal. Da hier. Ach, komm. Das ist mich eigentlich verarschen, oder was? Ja, das hier. Den alten Sound. Den liebe ich, und ja, ich hab mich gerade kurz gemütet. Ähm, ja. Auf jeden Fall hab ich den Sound-Mod. Wenn ihr wollt, oder wissen wollt, wie man ihn installiert, dann schreibt's in die Kommentare. Ja, also ich hab den Sound ziemlich vermisst, muss ich sagen. Denn ich mag die neuen Sounds wirklich gar nicht. Ja, die find ich wirklich scheiße. So, und, ähm, ja. Es wäre nett von euch, wenn ihr ein paar interessante Themen, über was ich reden kann, oder so, ähm, in die Kommentare schreibt. Weil, ähm... Ja, ich weiß halt nicht so, was ich... ...über was ich reden soll, und... ...ja. Also, ich hab ja jetzt ein neues Intro, was ihr am Anfang gesehen habt. Und dieses ist von MrChess09. Vielen Dank an ihn, das Intro ist echt verdammt geil geworden. Also, äh... Das Intro ist... ...over-epic. Also, ein... ...episches Intro. Nein! 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 Das war's wohl mit der Spitzhacke. Ähm, schreibt nicht in die Kommentare, ob ich sie wegwerfen soll. Wieso? Wieso? Oh, scheiße. Scheiße, 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 man. Alter, was für ein Kack, ey. Was für ein verdammter Kack. Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Darf ich mir eine neue Cheaten? Haha, nein. Ja, das war's wohl. Ja, das war natürlich wieder mal super. Also, echt, das war... Boah, das war so super. Das musste ja noch passieren. Oh. Das war doch so was von klar. Ja. Das war's. Ja. Es ist zu. Ändern kann ich's nicht mehr. Ähm. Ja. 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 Schade. Aber, ja. Kann ich jetzt nichts mehr machen. Ja. Also, schreibt mir Themen in die Kommentare. Und, ja. So. Schreibt mir auch noch, ob ihr Hunger Games sehen wollt. Oder, ob ihr Mods-Vorstellungen sehen wollt. Ähm. Ihr könnt mir mal ein paar Mods in die Kommentare schreiben, welche ich vorstellen soll. Das werde ich nämlich in Zukunft auch noch machen. Und, ja. Das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Und... Joa. Wann denkt ihr eigentlich, kommt die Minecraft 1.3 raus? Ähm. Die letzten drei Snapshots waren ja, ich sag mal, ziemlich scheiße. Äh, ja. Die waren echt übel scheiße. Also, so ein scheiß Snapshot hab ich noch nicht gesehen. Ähm. Und, äh, schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr das gut so findet. Ob ich weitermachen soll mit den täglichen Videos. Für mich, ähm, erscheint das am sinnvollsten. Da ich immer über die Nacht render. Weil, das dauert schon echt lange, so ein Video zu rendern. Und, joa. Deswegen kommt meistens... Ah, jetzt ist mein... Kollege und... Kind sind... Vielleicht ruft er mich auch gleich an, dann ist er hier noch dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange wir ihn schon aufgenommen haben. Hm, hab ich Essen? Nein, den Apfel will ich nicht essen. Noch nicht. Ah, genau. Ich hab ne Idee. Und zwar machen wir uns wieder Bomi. Ähm. Hab wir hier so an. Nö, haben wir nicht. So. Einer reicht. Glaube ich. Ah, haken wir mal den Baum ab. Machen uns dann gleich noch ne... äh, Kiste und ein paar... Pilz, äh... Suppenschüsseln. Also Bowls. Äh, Setzling. Komm, hier. Ja, und einer hat mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass, äh... NEIN! Das Mushroom-Spawn-Eck ist weg! NEIN! Verdammte Scheiße, nein! Scheiße, Mann! Oh, fucking hell! Oh! Verdammte Scheiße! So ein verdammter Kacke! Ja, gut, dann müssen wir... Pfff... Wieso passiert das immer mir? Wieso... Wieso passiert das immer mir? So, und was machst du hier? Ja, verpiss dich... Nein, Moment. Da muss ja eigentlich was hin. Hm... Ja, da sollte ja ursprünglich mal die Farm hin. Ja, dann mach ich immer noch ein bisschen Erde hin, dann können wir hier eine Farm hinmachen. Ähm... Pff... Pff... Also, das nervt mich jetzt echt hier, dass wir so viel verloren haben. Ja... Da muss ich mal schauen, was ich machen werde. So... Ja, erstmal die Farm hier. So... Setzlinge... sehr nice. Ja... Pflanzen. Zack, 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 abholzen. Und ich glaub, das wär's dann langsam wieder. Ähm... Falls die Folge wieder mal zu kurz war, stelle ich nächstes Mal den Timer und joa... So, noch diesen Baum. Und ich würd sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Skyblock. Und ja, ich war grad ziemlich verschnupft und... Tut mir leid, falls ich ein bisschen zu verschnupft war. Danke nochmal an MrJazz09 für das geile Intro. Und joa, bis im nächsten Part. Skyblock. In... Drei oder vier Tagen. Wahrscheinlich drei. Ja... Drei... Nein, drei, vier Tagen. Vier Tagen. Genau. Oder drei. Vier oder... Ah, egal. Drei oder vier. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn es euch gefallen hat... Geht einen Daumen hoch und abonniert mich. Falls ihr noch mehr sehen wollt. Also dann... Ja, bis zum nächsten Part. Und tschüss. Also... Ja.